Ja, guten Abend, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs, Juba Lapide. Letzter Tag im September, 30. September 23. Ich bin im Laubhüttenfest. Sie haben wahrscheinlich schon meine Sendung gehört. Ich hoffe, Sie über Support, so heißt das Fest, Laubhütten. Wenn nicht, holen Sie das nach. Ich habe eben mit meiner Schülerin Gerlind Beschule mitgesprochen. Und sie sagt, sie sei sehr zufrieden. Ich habe auch andere Zusprüche bekommen. Und bitte gehen Sie in YouTube, Onkel YouTube, geben Sie ein Juba Lapide, A-A-A-V-T-A. Und du wirst lieben. Das ist der Zitat aus dem Gebot der Liebe Gottes. Du wirst dein Gott lieben. Und dort geben Sie einfach ein Juba Lapide. Zu Gott, Laubhüttenfest. Das habe ich noch nicht sehr, sehr schön gemacht. Ich würde sagen, dank der Gnade Gottes ausgelegt, was das in der Tiefe bedeutet, sieben Tage lang in die Laubhütten zu gehen. Meine Frau in Deutschland, Deborah, grüßt jeden herzlich, der sie kennt. Sie hat draußen auf unserem Riesenbalkon eine fantastische Laubhütte gebaut, die Jesus nicht hätte schöner bauen können. Natürlich hat Jesus auch eine Laubhütte gebaut. Das ist ja älter als Jesus. Gut, das finde ich so schön, das möchte ich Ihnen allen sagen. Wenn Sie heute durch die Straßen von Jerusalem und ganz Israel gehen, Sie sehen eine Laubhütte nach der anderen. Das ist so berührend. In Deutschland ist es vielleicht eine Hütte in der ganzen Stadt. Aber in Israel sehen Sie pro Wohnung eine Hütte. Ich war heute im Gottesdienst mit meiner Frau und habe tausend Leute gesehen. Das ist so schön, wenn Sie wirklich sehen, dass dieses Gebot Gottes, und ihr werdet in Laubhütten sitzen, in Levitikus 23, ganz konkret, das ist nicht auch eine Theorie, sondern das ist leibhaftig. Und Sie gehen durch die Straßen von Jerusalem und ganz Israel und Sie sehen eine Hütte nach der anderen. Das heißt, die Bibel ist echt. Die Bibel wirkt und zwar sehr konkret, nicht einfach irgendwelche Fantasien, sondern wir Juden nehmen das ernst. Und Sie spüren, Sie sind im Land der Bibel. In der Bibel steht es geschrieben, und die Menschen nehmen das ernst. Große Hütten, kleine Hütten, weiß ich, dicke Hütten, dünne Hütten. Wir haben eine schöne Plastikhütte, durch die Wände sind aus Plastik, aus stabilem Plastik. Und das ist einfach ein ganz großes Zugehörigkeitsgefühl, möchte ich Ihnen allen vermitteln, wenn Sie spüren, hier wird Bibel gelebt, nicht nur gelesen, gelebt, sehr konkret. Und alle sitzen wirklich in Laubhütten und schlafen. Meine Frau wird heute Nacht in der Laubhütte schlafen. Sie hat mich gesagt, schläfst du auch in der Hütte? Da habe ich gesagt, das muss ich mir noch erst überlegen. Ich will nicht, dass da irgendwelche Schlangen und Skorpionen mich in der Nacht zwicken. Und da hat sie gesagt, ich habe dafür gesorgt, dass keine Schlangen kommen. Dann gehe ich auch in der Hütte und schlafe dort auf meinem Bett, das ich dann raushole. Und das ist wirklich ernst gemeint, denn es steht in der Bibel, ihr werdet sieben Tage dort leben. Das nehmen Juden sehr ernst. Ich bin nur geprägt darin, dass man dort isst und trinkt. Aber meine Frau sagt, Mensch, ich möchte in der Hütte schlafen. Und das machen ja auch andere hier. Sie haben wirklich komplett von morgens bis abends. Und manche haben sich sogar, weil wir in diesen Bauhäusern auf dem Gelände so ein WC, so ein Schnell-WC besorgt, damit sie auch ihre Notruf verrichten, weil sie das Gebot sehr ernst nehmen. Du wirst dort leben in Erinnerung an deinen Auszug aus Ägypten, als du sieben Tage lang, sogar 40 Jahre lang, in Wüsten lebtest. Kurzum, wir haben eine schöne Wüste. Und es ist ein sehr schönes, ein fröhliches Fest. Und ich bin sehr dankbar, wer Fotos von mir haben will, möge mich anschreiben über WhatsApp. Und meine Daten haben sie ja schicke ich gerne Fotos. Heute Abend haben wir ein anderes Thema. Wir werden euch nicht AT anschauen, sprich die Tora, sondern einen Text auf der Tora aufbaut. Lukas 5, Frau Gerle, du liest ihn ja im Thema Heilungswunder Jesu. Wir haben Lukas 5, die Heilung eines Gelegten, Kapitel Vers 17 bis 24. Eine spannende Geschichte, über die wir unbedingt reden müssen, die Heilung eines Gelenks, Lukas 17 bis 24. Gerlind wird heute aus einer anderen Bibel vorlesen. Sie wird das gleich sagen, wie die Bibel heißt. Ich werde dann eine kräftige Exegese. Ich halte mich heute am Riemen. Ich will nicht mehr als eine Stunde und sieben Minuten mit ihm machen. Neulich war es zu Gott, weil leider mehr, für mich erfreulicherweise mehr, eine Stunde und 15 Minuten. Und wenn Sie Lust haben, ich habe am Donnerstag, ich kann ja nicht aufhören damit, das ist meine Droge. Ich habe neulich vor Gerlind gesagt, die Bibel ist meine Droge. Es ist eine echte Droge, aber eine gesunde Droge. Ich werde dadurch immer gesünder und knackiger. Ich habe neulich noch eine Sendung gemacht, weil ich nicht aufhören kann. Die können Sie auch im Internet finden. Und zwar über Jakob und das Exil. Da müssen Sie auch reingehen. Das Ende des Exils, zwei Stunden. Fantastisch. Gibt es auch schon im Internet. Müssen Sie nur eingehen. Juva Lapide mit meiner Gruppe aus zehn Menschen bestehend. Jakob und das Ende des Exils. Was erwartet Gott für uns? Ich darf wirklich sagen, es war fantastisch, weil Gott mich groß macht. Sie sehen ja, ich bin immer noch bescheiden, obwohl ich ein großer Fachmann sein darf. Meine Größe kommt nur von Gott. Der Himmel und Erde erschafft. Das heißt, ich empfehle Ihnen wirklich, hören Sie sich zu Gott an. Auf Hüttenfest im YouTube. Juva Lapide, auf Hüttenfest. Und hören Sie sich an. Juva Lapide, Jakob im Exil. Wirklich, ich habe durch die Gnade Gottes wirklich fantastische Gedanken, die Sie noch nie gehört haben. Das habe ich Ihnen ganz offen, liebe Hörer und Hörerinnen, erarbeiten dürfen. Heute Abend wird es auch heftig. Und nämlich, ich werde Ihnen zeigen, was Jesus macht, wenn er heilt. Was macht Jesus, wenn ein Mensch halt noch dazu ein gelähmter, komplett behinderter Mensch? Gerlind, jetzt sagen wir uns, welche Bibel du heute zur Erneuerung benutzt. Ja, ich lese heute aus dem sogenannten Neuen Jüdischen, also das jüdische Neue Testament in der Übersetzung von David Herr Stern. David Stern ist also ein messianischer Jude und hat sich das hier zur Aufgabe gemacht. Und er benutzt die originalhebräischen Begriffe, also spricht er zum Beispiel von Parushim und das sind die Pharisäer. Und er spricht von Thora-Lehrern, das sind also das, was üblicherweise in den Übersetzungen als Schriftgelehrte bezeichnet wird. Dann taucht nochmal der Begriff Galil auf. Galil ist Galiläer. Und ich hoffe, ich habe jetzt, und er spricht natürlich immer von Jeschua, von Jesus. Und bei Gott, von Gott spricht er von Adonai. Ja. Eines Tages, als Jeschua lehrte, waren Parushim und Thora-Lehrer angewesend, die aus mehreren Dörfern des Galil, aus Jehuda und auch aus Jerusalem gekommen waren. Und die Macht Adonais war mit ihm, die Kranken zu heilen. Ein paar Männer kamen und trugen einen Gelehmten. Der lag auf einem Bett. Sie wollten ihn hineinbringen und vor Jeschua niederlegen. Doch sie konnten wegen der Menge keinen Weg finden, auf den sie ihn hinein bekamen. So stiegen sie aufs Dach und ließen ihn auf seiner Trage durch die Dachziegel hindurch, mitten in die Versammlung, direkt vor Jeschua herab. Als Jeschua ihr Vertrauen sah, sagte er, Freunde, deine Sünden sind dir vergeben. Die Thora-Lehrer und die Parushim dachten bei sich, wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Doch Jeschua, der wusste, was sie dachten, antwortete, warum bewegt ihr solche Gedanken in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und geh. Doch seht, ich will euch beweisen, dass der Sohn des Menschen die Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Dann sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Augenblicklich stand er vor aller Augen auf, nahm hoch, worauf er gelegen hatte und ging nach Hause und lobte Gott. Verwunderung überwältigte sie alle und sie machten Gott eine Berascha. Sie wurden von Ehrfurcht ergriffen und sagten, wir haben heute außergewöhnliche Dinge gesehen. Berascha habe ich natürlich nicht erklärt. Das ist also die Segnung. Genau, genau. Liebe Freunde und Freundinnen von Jubal und Frau Gerlind, eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich werde heute wirklich ein rauspressen, ein multiples exegetisches Konstrukt, weil die Geschichte mich immer schon sehr beschäftigt hat und weil es dazu einfach Missverständnisse gibt. Es gibt dazu so viele christliche Missverständnisse und ich spüre, ich habe es eben vor Gernit, meiner fantastischen Schülerin, mit der ich seit 20 Jahren zusammenarbeitet habe, gesagt, ich habe so ein Verlangen, christliche Ignoranz zu bereinigen. Verstehen Sie, ich bin in Israel, Gott sei Dank, ich grüße Sie im Namen meiner Frau aus Israel, ich bin hier gut situiert, in jeder in sich und Menschen sagen mir, du kannst doch jetzt langsam mit dem Thema aufhören. Der christliche Hütte, geht ja eh zur Neige in Deutschland, müssen wir ganz offen sagen, ganz Europa und du hast deine Berufung in Israel, ich, warum machst du das noch? Bleib doch in Israel, ein Jude und du hast noch deine Erfüllung in Israel, ich kann nicht aufhören. Ich habe es eben vor Gernit gesagt, ich spüre eine Verpflichtung und eine Verantwortung meinen treuen Schülern und Schülerinnen in Deutschland. Noch dazu mit diesen Hilfsmitteln wie Tablet und Skype und YouTube, das geht ja heute so einfach. Und ich spüre, dass es viele Christen gibt, die sich danach sehnen, die mit mir zusammenarbeiten, das jüdische Verständnis besser zu ergreifen. Ich spüre das einfach und weil ich so einen Brand in mir habe, kann ich nicht einfach in den Tag hineinleben, obwohl ich genug zu tun habe hier in Israel, sondern habe die Sitzungen mit meiner Frau Gerlind und mit anderen Menschen, weil ich spüre, ich möchte Christen, die wirklich eine Suche haben, eine Suche haben, nach ihren Wurzeln erklären, was steht wirklich und was meint Jesus, wenn er sagt, der Menschensohn kann oder Menschensohn kann nicht und es ist leicht, dies zu sagen, da gibt es einfach viele Missverständnisse, die über 2000 Jahre entstanden sind. Und ich bin so dankbar, dass ich wirklich, ohne arrogant zu sein, über meinen Vater hinaus wachsen darf. Mein Vater hat nicht alles abgedeckt im Neuen Testament. Mein Professor Pinchers Lapide, der bald 26 Jahre der Ewigkeit sein darf, 26 übrigens, Jude Hay-Waffel, das Akronym für ich werde da sein, der ich da sein werde. Und ich merke, es reizt mich aufs Blut im positiven Sinne, Christen zu erklären, wie sie ihr eigenes christliches, sogenanntes christliches Neues Testament mit einem Juden besser verstehen. Das treibt mich um und an und auf und zu und ich brauche das. Das tut mir so gut, weil ich ja Zuschriften bekomme. Ich kann Ihnen einfach ganz offen sagen, liebe Freunde und Freundinnen auf YouTube, ich kriege jeden Tag so viele Zuschriften von Christen, die mir sagen, wir haben das jetzt endlich verstanden, wir haben deine 17. Sendung gehört und wir verstehen sie jetzt zum ersten Mal, obwohl wir schon alt sind, jung sind und uns schon lange damit beschäftigen, wir verstehen, was Jesus meinte, als er sich mit dem Pariser überwarf und als er sagte, weiß ich, der Menschensohn kommt, das werden wir heute erklären, was der Menschensohn ist. Ich kenne so viele Christen, die haben keine Ahnung, was heißt das, wenn Jesus sagt, der Menschensohn, was ist das überhaupt? Was ist das, der Menschensohn? Ist das zum Essen, zum Trinken, zum Schlafen? Das möchte ich heute bereinigen, weil ich spüre, ich darf es wissen durch die Gnade Gottes und ich darf es sehr gut wissen und darum möchte ich als Menschen, das Lichtwissen erklären, damit sie wirklich verstehen, was passiert denn da überhaupt? Was für jüdische Themen werden hier beschrieben? Und der Umfang war an, es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, ich habe hier die Schlachterübersetzung, die leichte ist, wir haben nun beide vor uns und es saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer, die werden wir auch geklärt haben, die aus allen Flecken von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Hast du das auch bei dir stehen, Gerne, dass du vorhin vorgelesenst, die aus allen Flecken von Galiläa und Judäa nach Jerusalem kam, sagt das Schlachter, sagt das Galiläa? Ja, er schreibt, die aus mehreren Dörfern des Galil, aus Jehuda und auch aus Jerusalem allein gekommen waren. Genau, ich danke dir. Dazu muss ich sofort was klären. Wissen Sie, liebe Freunde und Freundinnen von Jubel und Gerlind, ich schätze Lukas sehr. Ich liebe Lukas. Aber Lukas nimmt sich manchmal dichterische Freiheit, nennt man das, die so in der Realität nicht passieren kann. Das ist zum Beispiel so eine Übertreibung, die ich mir nicht vorstelle. Warum sollen aus allen Flecken Israels die Gelehrten kommen und ein Wunder Jesus sehen? Ich sage Ihnen ganz oft, das ist nicht plausibel. Ich kenne ihn sehr gut aus in der Bibel. Sehr, sehr gut. Und das ist nicht plausibel, dass Menschen aus ganz Galiläa noch dazu aus Jerusalem nach Galiläa in das letzte Loch auf der Pampa, auf der sogenannten jüdischen Pampa kommen, um zu sehen, wie Jesus einen Menschen heilt. Er hat ja dauernd geheilt. Jesus heilt, wir machen doch einen Zyklus vor Galiläen und er heilt rund um die Uhr, so wie ich rund um die Uhr Vorträge hatte. Das ist doch überhaupt nicht nötig, dass aus Jerusalem, ich bitte Sie, denken Sie einfach tiefgründig nach, warum soll ein Mann, in Jerusalem gibt es heute auch genug zu tun. Niemand kommt aus Jerusalem, ich wohne ja auch hier in der Nähe von Galiläa mit meiner Frau, da kommt doch kein Mann, um zu sehen, was ich mache oder was andere Rabbiner machen. Das ist doch völlig unpassend. Warum macht das Lukas? Weil Lukas die Größe Jesu darstellen will und, und jetzt kommt, zeigen will, wie Jesus trotz seiner Spannungen integriert war im Juden seiner Zeit. Ich wiederhole, Jesus ist ein ganz großer Mann. Sie sehen, wie ich als Jude über ihn spreche, dass ich kein Christ und nie Christ werden werde. Und dennoch liebe ich Jesus. Ich liebe ihn, ohne schwul zu sein, sehr, jedes Jahr mehr. Das reimt sich. Und ich spüre, dass Lukas diesen Mann auch liebt. Und er will zeigen, aus allen Flecken Galäas und Judäas, das sind zwei riesige Gebiete, zwei, da zeigt Jesus, und sogar aus der Metropole, in der die Menschen wirklich anderes zu tun haben, als einem Wunderheiler nachzulaufen. Kommen die Menschen und spüren, dass Gott mit ihm war, sie zu heilen. Ich halte das nicht für plausibel. Dass Jesus geheilt hat, ist keine Frage. Dass Jesus auch in Jerusalem geheilt hat, ist auch keine Frage. Aber dass Leute alle nach Galäa kommen, um ihn dort zu erleben, an einem bestimmten Ort, der uns nicht genannt wird, vermutet, ist es Galäa. Das ist für mich eine dichterische Übertreibung, eine dichterische Freiheit, die Lukas benutzt, im Stil, und den Begriff, den ich heute Abend nochmals benutze, ist Midrash. Erwin, du kennst den Midrash. Kannst du Gott sagen, was der Midrash ist im Juden? Ja, es wird ja oft mit Sage übersetzt. Der Midrash beschäftigt sich mit der Heiligen Schrift und versucht, also auszuleuchten, praktisch mit dichterischer Freiheit, wie das, was nicht in der Schrift steht, gewesen sein könnte. Also was hätte zum Beispiel Mose gedacht, als er, weiß ich, auf dem Weg vielleicht zum Pharao war und vielleicht hat er sich dann gerade noch mit seiner Frau besprochen oder ähnlichen Dingen, so dass man also die Dinge, ja, es ist praktisch eine dichterische Ergänzung. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe ja aus Israel mitgenommen, ein Buch, das ich Ihnen sehr empfehle, der Talmud. Das ist ein Klassiker, den gibt es schon seit 50 Jahren von Reinhold Maier, übertragen aus der hebräischen Sprache, ein Klassiker, gibt es heute drei, vier Euro im Internet zu kaufen und dort sind die schönsten, sprich die ansprechendsten Geschichten aus dem Talmud zusammengefasst. Talmud ist das große sogenannte Gesetzeswerk des Juden, das zur Zeit Jesu entstand und dort sind Tonnen von Geschichten, wie Frau Gerlind sagte, über das, was, wie mein Vater sagte, zwischen den Zahlen steht. Verstehen Sie, es steht in der Tora viel in den Zahlen, aber ein großer Künstler schaut, was steht zwischen den Zahlen und mit diesen vielen Seiten, die er in deutscher Sprach rausgab, finden Sie, Sie sehen, ich habe hier allein 50 Lesezeichen, um die wichtigsten Geschichten immer griffbereit zu halten. Sie werden sich wundern, wie viel Midrash in diesem Text ist. Das heißt, im Klartext, ohne Midrash können Sie Jesus und das Judum nicht verstehen. Lukas war ein Kenner des Midrash. Warum weiß ich das? Weil er in seiner Narration zur Deutsch-Erzählung immer wieder Momente der Übertreibung hat, wie zum Beispiel aus allen Flecken kamen sie, um ihn zu lernen. Das ist für mich eine Übertreibung. Eine Übertreibung im Dienste, eine Verdeutlichung dessen, worum es Lukas geht, nämlich Jesus als einen Großmann, der im YouTube beliebt und belebt war, darzustellen. Das finden Sie bei Lukas häufig. Das mindert nicht seine Leistung. Wie gesagt, dieses Buch, das ist von keinen kleinen Mäusen geschrieben. Das ist das Herzstück, die Grundidee des YouTubes nach der Tora, der Talmud. Dort haben Sie eine Fülle von spannenden Erzählungen, die zwischen den Zeilen stehen. Wie Frau Gärin sagt, über Abraham, Isaac, Jakob, Josef, ich bin geprägt worden und nicht nur ich, alle großen Professoren des Judenums, die nennenswert sind, kennen den Midrash. Ohne Midrash verstehen Sie die Tora nicht. Es gibt die Tora, das sind die handfesten Fakten, die uns die Schrift berichtet und Sie müssen eins bedenken, wenn Sie ein neues Testament lesen, zum Beispiel unser Lukas, ist das ja nicht die Heilige Schrift, das ist ja eine Beschreibung. Lukas schreibt ja ein Epistel, seine Evangelium ist ja ein Epistel, sein Brief, den er schreibt an einen gewissen Theophilus und an Menschen, die sich ja neu beschäftigen wollen mit dem Messianen, die glauben. Das heißt, es ist nicht Heilige Schrift, ganz sauber ausgesprochen. Lukas schreibt einem Theophilus, was er gehört hat über Jesus und was ihm zusagt, über die Gestalt Jesu. Und er bedient sich, sage ich ihm ganz offen, das macht ihn nicht klein, das macht ihn groß und jüdisch dichterischer Freiheit. Und zum Beispiel die Geschichte, es war ein Tag, dass er lehrte, das ist auch typisch jüdisch, Jesus lehrt. Ich kann auch nicht leben ohne Lernen, das geht nicht. Jeden Tag muss ich lernen. Und sei es hier meine Juden und nun heute Abend wie Christen und Interessierte am Wort Gottes. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, Gesetzeslehrer will ich auch erklären. Gesetzeslehrer war damals eine eigene Zunft von Menschen, die hieß Essofrin. Das wird oft von Christen nicht scharf genug unterschieden. Pharisäer sind die großen, was ich gerne vorhin sagte, die Peroschim, das sind die großen Ausleger der Toa, die wie ich, ich bin auch ein Pharisäer. Pharisäer ist nichts weiter als Ausleger, das ist nicht irgendeine krumme Sekte, wie es im landläufigen Kontext steht, sondern es sind Ausleger der Schrift, die präzise am Text arbeiten, so wie ich. Mein Vater war auch ein Pharisäer. Shalom Ben-Horim war ein Pharisäer. David Flusser war ein Pharisäer. Leo Beck, all diese großen Männer, die Sie hoffentlich kennen, waren Pharisäer, gebildete Akademiker, würde ich heute sagen. Und diese Pharisäer sind zu trennen von den Gesetzeslehrern. Bei Gesetzeslehrern handelte es sich in der Regel um Sofrin, das sind die Schreiber, die Schreiber der Toa. Das heißt, diejenigen, die an der eigenen Zunft besaßen, die Toa-Rolle zu schreiben, denn zur Zeit, Jesus schrieb mal Toa-Rolle, die wurden in diesen Drogen gegeben, so wie heute bei mir in Israel, und aus diesen Toa-Rollen wurde gelesen. Das war eine Zunft von Menschen. Gesetzeslehrer können auch sein, das wissen wir bei Jesus, bei Lukas nicht, weil sich das oft bei ihm vermischt, die Sadduzeer, die sogenannten Sadduzeer. Sadduzeer war eine Gruppe für sich, die haben wir auch schon besprochen in vielen Sendungen. Das waren Menschen, die im Tempel zu Jerusalem saßen und die Schrift auslegten, die Schrift nicht auslegten, sondern lehrten, rein lehrten, dogmatisch würde man sagen, wie die Kugel in Rom, das hast du zu tun, das hast du nicht zu tun. Das heißt, wenn hier steht, Pharisäer und Gesetzeslehrer sind es streng genommen zwei konträre Gruppen, denn ich kenne ja meinen Bruder Lukas und er will zeigen, dass sowohl die klassischen Pharisäer, die intellektuellen Menschen wie ich, die die Toa interpretieren, mit Midrash, mit viel dichterischer Freiheit, als auch konservative Menschen wie Sadduzeer, die nur das sogenannte Gesetz, die Toa lehren, das Gesetz wirklich lehren, die jetzt so befolgen ist wie Rom, das hast du zu tun und das hast du nicht zu tun, Punkt. Anwesend war. Aber diese, verstehen Sie, aber das Leute von Jerusalem kamen, halte ich für völlig unpassend, unpassend. Aber die Juckers macht das, weil er in seiner narrativen Freiheit zeigt, weil Jesus ist so beliebt im Judentum, dass Menschen aus ganz Israel kommen, um seinen Wunderheilungen beizuholen. Das ist eine dichterische Übertreibung, ganz klar. Das nennt man in der Literaturwissenschaft hyperbolic Übertreibung. So wie wenn ich sage, weiß ich, ein Popstag kam nach Menschenlandbach in die Arena, Gerlind Segel und weiß ich, ganz Deutschland war hingerissen. Natürlich war ganz Deutschland nicht dabei. Das sagt man ja auch in Deutschland, ganz Deutschland war hingerissen. Manchmal vielleicht eine große Menge, aber nicht ganz Deutschland. Angela Merkel war bestimmt nicht da. Und so ist das zu verstehen, dass alle da waren und um die Kraft Gottes zu sehen, die Kraft des Seiners der Gott, Menschen zu heilen. Das heißt, Lukas will einführenderweise sagen, es handelt sich um ein großes Heilungswunder und viele Menschen sind neugierig, weil sie wissen, dass Jesus es kann. Darum geht es. Jesus war ein Jude. Machen wir uns bewusst, die Menschen, die dort waren, waren alle Juden. Bitte halten Sie das fest, liebe Hörerinnen und Hörer in YouTube. Es waren keine Christen, damit es keine Missverständnisse gibt. Es war nicht eine halbe christliche Person dort. Es gab ja keine Christen. Weil viele Menschen, mit denen ich spreche, mir sagen, das waren doch Christen und Jesus war ja Christus, es war überhaupt nichts christlich. Gar nichts war christlich. Null. Hoch null. Nur Juden waren fasziniert von der jüdischen Wirkungskraft dieses Jesus. Und siehe Männer trugen, jetzt kommt eine Geschichte, von der ich auch denke, sie kann konstruiert sein. Es gibt sowas sehr selten in der Narration des Midrash, dass ein Mensch, der sehr gelähmt war, von oben nach unten hineingebracht wurde. Das war alles belegt. Das soll ja auch dafür sprechen, dass alle Menschen hingen an den liebten Jesu und ihn erleben wollten, wie er Menschen heilt. Das soll ja die Größe Jesu darstellen. Lukas macht das grandios. Viel Spektakel. Midrash heißt immer aufblähen, aufbauen, aufbrausen, aufblähen, aufbauen, aufbrausen. Das ist typisch für Lukas. Warum? Weil er ja Heiden gewinnen will. Sagt er ja am Anfang, Theophilus. Ich will Menschen gewinnen. Das braucht er. Und darum braucht er das, was man nennt Glamour. Viel Glamour. Viel Äußerlichkeit. Aber berechtigte Äußerlichkeit. Kein schmutziges Theater. Sondern wirklich überzeugend. Viele Menschen sind da und das ist sogar so stark besucht, weil sich eine Situation mit einer Lehre, er lehrt ja, ein Jude lehrt, vor Juden. Und auf einmal will ein Mensch kommen und er kommt hier nicht hinein und er möchte einfach, wie es hier steht, auf einem Menschen, der gelehnt hat und sie sucht ihn reinzubringen, denn er wollte lehren. Es ging ja noch gar nicht mal um die Wunderheilung. Er lehrte sie ja. Und dieser Mensch sagt, ich möchte hineinkommen und es geht nicht und er muss dann über das Bett hineingetragen werden in die Mitte vor Jesus. Und wir hatten ja letzte Woche die Geschichte mit der verkrümmten Frau und das ist etwas sehr Ähnliches. Die Menschen bringen ihn in die Mitte vor Jesus. Bitte überlesen Sie das nicht in Vers 19. Das ist ja schon ein Teil der Heilung. Der Mensch sagt, ich bin so krank, wir wissen nichts Wehres, gelähmt ist heftig genug und er drückt aus, ich möchte diesen Mann, den Juden, ein gelähmter Jude natürlich, nicht ein Chinese, ein gelähmter Jude möchte Jesus, Jehochua, ich sage ja Jehochua, der Erlöser ist Gott, sehen. Und er sieht, dass die Menschen alles tun, um den Menschen diesen gelähmten die Möglichkeit zu geben, ihn in den Mund zu bringen. Und auf einmal sagt er, der Mensch, seine Sünden sind ja vergeben. Jetzt will ich Ihnen etwas sagen, was in der Symbolik es bedeutet, einen Menschen von dem Dach hinunter zu bringen. Sie stiegen auf das Dach und schießen ihn mit dem Bett durch den Ziegeln hinunter zu bringen. Das ist für mich auch ein Midrash, muss ich Ihnen ehrlich sein. Und ich wiederhole, es diskreditiert Jesus überhaupt nicht. Und Lukas auch nicht, wenn ein Mensch über das Dach hineingebracht wird. Natürlich ist das sehr konstruiert. Ich halte es nicht, ich kenne keine Geschichte aus der Bibel, aus dem Ersten Testament und aus dem Talmud, den ich auch sehr gut kenne, den ich in sehrem Tränen, in den ein Mensch über ein Dach hineingetragen hat. Das ist mir nicht bekannt. Und ich kenne die Bibel sehr gut. Und dennoch halte ich es für möglich, dass es in der Fantasie, in dem Midrash-Denken dieses Lukas sich abspielt, weil er zeigen will, Menschen tun alles, um geheilt zu werden. Und jetzt will ich Ihnen auch die Symbolik, die ich mir heute am Schabbat bewusst gemacht habe, erklären, was es bedeutet. Da ist ein Mensch, der kann nicht mehr gehen. Er kann nicht direkt hineingehen, gerne. Er kann nicht hineingehen, weil, selbst wenn dort wird es gewesen, er kann nicht gehen, er ist ja gelenkt. Gelenkt heißt ja wirklich, er kann sich nicht bewegen. Und ich will zeigen, ich will zeigen, dass Lukas uns vermitteln will, der Mann muss von oben durch Gottes Gnade heruntergebracht werden. Das heißt, für mich ist es auf der symbolischen Ebene eine Neugeburt dieses Mannes. Er wird von oben durch Gottes Berührung, vom Dach, Dach steht immer für oben, hinuntergeführt, hinuntergebracht in die Gemeinschaft mit Jesus, damit er dort durch die Berührung mit ihm er, der von der Höhe Gottes kommt, eine Neubelebung, eine neue Erfahrung macht. Das ist für mich die Symbolik, von der ich überzeugte, dass Lukas sie wusste. Jesus natürlich wusste das auch, aber wir sind ja erst mal in der Schicht, Lukas berichtet über Jesus. Wir sind ja gar nicht so weit, was Jesus denkt. Von Jesus wissen wir ja gar nicht, ob der Mensch wirklich gelähmt hat und wie er runterkam. Aber Lukas will es so inszenieren, da kam ein Mann von oben herunter. Lukas hätte das doch unkompliziert machen können. Ich sage ganz offen, Lukas hat doch dichterische Freiheit, er kann alles machen. Wer will ihn kontrollieren? Wer will ihn kontrollieren? Aber ich denke, dass Lukas zeigen wollte, hier passiert etwas Außergewöhnliches, nämlich von oben herab. Ich kenne auch die berühmten Lieder zu Weihnachten. Von oben herab komme ich herunter, bringe Gute, mehr. Die Symbolik ist für mich hier wichtig. Sehr wichtig. Ein Mann wird von oben nach unten gebracht. Das heißt, er bekommt göttliches Geleit. So als würde ihn engelnd heruntertragen, damit er in die Nähe dieses Erlösers, Gottes, mein Erlöser, kommt. und Jesus sich bewusst wird, durch eine Eindrichtest heruntergefahren werden, da ist ein Mann, der alles bereit ist zu tun, um endlich geheilt zu werden. Im Gegensatz zu letzter Woche sagt der Mensch ja gar nichts über seinen Zustand. Es kommt zu keinem Gespräch mit dem Mann. Aber die Tatsache, dass er heruntergebracht wird und vor Jesus steht, vor Joshua steht, spricht Bände. Ich habe ja gesagt, wenn Jesus, Joshua, ein großer Mann, neben anderen Wunderheilern, ein Mensch vor sich sieht, die Mimik, die Gestik und die Rhetorik, der durchschaut den Menschen sofort. Und allein, wenn er dieses Wunder erleben darf, der Mann hat andere Menschen gebeten, holt mich mit dem Bett runter, holt mich runter, ich möchte den Mann erleben. Er kommt nicht rein, unten ist alles zu. Und wie steht es dann da? Und er liegt nicht, er steht ja nicht, er liegt vor Jesus und der Blick in des Mannes Augen eröffnet Jesus sofort das Blick. Davon bin ich fest überzeugt, ob der Mann gestanden hat oder gesessen hat oder gekochen ist oder gesprungen ist. Wenn Joshua, ein Mann seines Formats, einen Menschen in die Augen schaut, weiß er sofort, was nicht stimmt. Er weiß sofort, was nicht stimmt. Und darum sagt er, als er ihren Glauben sagt, sowohl den Glauben der Menschen, die ihn unterbringen, als auch den Glauben dieses Mannes. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie sehe ich einen Glauben? Und Gerlind, wie erklärst du dir, wenn da steht, als er ihren Glauben sah, du kannst doch kein Glauben sehen, du kannst den Glauben hören. Was meint er? Nein, er kann es natürlich insofern sehen, als sie im Grunde alles Menschenmögliche gemacht haben, um den Mann vor Jesus zu bringen. Denn, also wenn sie jetzt wirklich meinetwegen irgendwas am Dach abgedeckt haben oder wie auch immer, auf jeden Fall haben sie sich eine Menge Mühe gegeben, den Mann zu Jesus zu bringen. Und das ist nämlich der sichtbar werdende Glaube, können Sie alle zu Hause notieren, das ist der sichtbar werdende Glaube. Glaube muss sichtbar werden. Auch im hebräischen Original steht, er sah ihren Glauben nicht erhöht, gesprochen wurde ja gar nichts, sie bringen ihn einfach runter. Und ihr Osho, dieser Mann, Gutschus, sieht sofort, dass hier die Macht des Glaubens wirksam ist. Denn dieser Mann glaubt ja, wenn ich diesem Mann begegne, er kannte sich nie, so wie alle Heilbedürftigen Jesus nie gekannt haben, es hat sich nur herumgesprochen. Denken Sie daran, was die Syrophäniezerin sagt und andere Menschen, ich habe gehört, dass du das kannst. Wir kannten ihn ja ganz herzlich herumgesprochen. Und wenn er sagt, ich sehe den Glauben, dann sehe ich, dass der Glaube Früchte tritt, was ja für Jesus immer wichtig ist. Der Glaube muss Früchte tragen. Und wenn Sie sehen, da wird ein Mann geschleppt, der sich ja nicht mehr rühren kann. Er sagt, bitte holt mich da auf und holt mich runter. Das ist ja das Verrückteste, was dir passieren kann. Das ist ja auch peinlich. Verstehst du, wenn du in deinem Bett hinkst in der Pritsche und du wirst, das ist ja runtergetragen, das stört ja das Prozedere, das schickt sich doch nicht. Stell dir mal vor, du bist in der Oper und jemand kommt durchs Fenster rein. Das ist natürlich anstößig damals wie heute. Das ist nicht der übliche Eingang. Aber genau diese Unüblichkeit, die provoziert Jesus. Diese Unüblichkeit, die Unkonventionalität dieses Mannes. Der sagt, es ist mir wurscht, was das Volk denkt. Die können denken, was sie wollen. Ich will zeigen, wie weit mein Glaube in die Heilungskraft Jesu und seine göttliche Berufung geht. und selbst wenn die Leute die Nase rümpfen, es ist mir wurscht. Ich mache das, was mein Glaube mir sagt. Ich will von diesem Mann geheilt werden und ich weiß, aus der Sicht des Gelehmens, der wird es schaffen. Und Jesus, Joshua sagte, er sieht, wie weit dieser Mann geht und er sieht, wie weit er Menschen berühren konnte, ihn herunterzutragen aus dem Dach. Das heißt, er hat ja Menschen gefunden, die Volksleute. Und dann sagt er, der Mann ist reif für die Heilung. Der Mann ist reif im Sinn von vorbereitet. Der ist wirklich vorbereitet. Der ist wirklich so wie bei der Frau, die wir letzte Woche hatten, liebe Freundinnen und Freunde. Die Frau war 18 Jahre, haben wir letzte Woche untersucht, können Sie gerne hören. Ich habe mich damit gerne gemacht. Die 18-jährige, verkrümmte Frau, können Sie gerne sehen. Die Macht der Zahlen, habe ich das genannt, im YouTube. Der Mann braucht das nicht. Jesus ist ja, wie jeder Jude, vielfältig, ein guter Therapeut. Ich nenne ja Jesus einen Therapeut. Der weiß genau, wie er vor sich hat. Da will uns die Zahl 18 nicht sagen, sondern will uns diese Geste, das er untertragt, nie erzählen. Und dann sagt er, Mensch, jetzt wird es interessant, Mensch, du Mensch, es geht um den Menschen. Es geht nicht um Mann und Frau, sondern der Mensch, der in seiner schönsten Form als Mensch dasteht, nämlich ein Gläubiger. Ein Gläubiger im Sinne von ein Glaubender. Er nennt ihn, du Glaubender, du Mensch. Moment, was ist da? Nee, alles klar, ich habe nur eine Mitteilung bekommen. Verstehen Sie? Und dann sagt er, Mensch, und jetzt kommt es, deine Sünden sind dir vergeben. Da gibt es ein Riesenproblem bei Christen. Weil Christen dann sofort viele, nicht alle, denken, Jesus vergibt Sünden. Das ist nicht der Fall. Warum ist das nicht der Fall? Warum hat Jesus nicht Sünden vergeben? Ich lese den Satz vor, den hast du ja auch vorgelesen. Achten Sie auf diese Passivkonstruktion. Deine Sünden sind dir vergeben. Das hast du auch vorgelesen. Ja. Ja, Linde, warum ist es nicht richtig zu sagen, dass Jesus Sünden vergeben hat? Warum ist das falsch bis zum Exzess? Ja, er hat ja gesagt, also ich finde es jetzt im Moment nicht, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt ja nicht, dass ich sie, also dass Jesus sagt, ich habe sie vergeben. Das ist der Punkt. Und ich bitte Sie, das wirklich aufzuschreiben, weil es da noch krasse Missverständnisse europaweit gibt. Hätte er gesagt, ich habe die Sünden vergeben, dann könnte man sagen, Jesus ist anmaßend. Der bildet sich wirklich ein Gott zu sein. Das stimmt einfach nicht. Jetzt würde ich ihm wirklich etwas sagen um sie zu belehren. Mein Vater hat das schon 50 Jahre in seinen Büchern verkündet, das habe ich bei ihm gelernt. Es gibt das Passivum Divinum. Passivum Divinum. Eine theologische, philologische Konstruktion, die bedeutet, Gott wird umschrieben durch die Passivform. Das heißt, wenn Jesus sagt, dann sind dir vergeben, heißt es in Klammern durch Gott. Das gibt es im Talmud tonnenweise. Aber tonnenweise, nicht kilogrammweise, tonnenweise. Wenn man Gott nicht ständig in den Mund nehmen will, Gott hat das getan und Gott wird das tun, dann sagt man, dir wurde geholfen gerne. Dir wurde dein Gebet beantwortet. Und jeder Jude, der Niveau hat, und die Menschen dort haben natürlich Niveau, weiß damit, ist gemeint, Gott hat dein Gebet beantwortet und Gott hat dir deinen Wunsch erfüllt. Und das bitte sie wirklich zu ihrer eigenen Erleuchtung. Ich kenne das, und Frau Gernin kennt das auch. Jesus hat überhaupt keine Sünden vergeben, weil er das als Jude natürlich nicht darf. Es sei denn, er bekommt dazu eine Vollmacht und es wird ein zweiter Teil des Textes sein. Aber zunächst mal sagt er ganz deutlich, deine Sünden sind dir von Gott vergeben. Gott ist die erste Instanz, die ihm die Autorität gibt, bevor er sein Bett nimmt und geht. Hör zu, deine Sünden, er offensichtlich hatte der Mann Sünden, was ihn ja ans Bett gefesselt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Sünden sind ihm an diesem Tag durch Gott darum die Passivkonstruktion, Passivung, die Winnung vergeben. Worüber weiß das Jesus? Weil er diese Autorität von Gott bekommt. Das machen auch andere Rabbiner. Das machen auch andere Rabbiner. Ich will Ihnen ganz offen sagen, bevor es zu diesem Erklarkommt in 21, wissen Sie, auch die Sadduzeer zur Zeit der Bibel, die Sadduzeer, die er hier mit Schriftgenäten wiedergibt, unser Übersetzer, waren auch befugt, Sünden zu vergeben im Namen Gottes. Und die waren bestimmt keine gestalten wie Jesus. Denken Sie an die großen Geschichten im Ersten Testament. Da bitte ich es im Buch Leviticus ab Kapitel 14, 15 zu lesen. Die Priester waren die Menschen, die Sünden vergeben durften. Beispiel, wenn sie Aussatz hatten zur Zeit der Bibel. Eine furchtbare Krankheit. Konnte man und musste man den Aussätzigen zum Tempel bringen in den Priesterbereich. Der schaute sich das an, stellte fest, dass jemand Aussatz hatte, sonderte ihn im Lager aus und nach so und so vielen Tagen, sieben Tagen in der Regel, musste er kommen. Der Mensch schaute ihn, weiß ich, die Kopfhaut an oder den anderen Stelle mit, nicht mit Lepra, sondern mit einem echten, mit einem echten, mit einem echten, na, Hautausschlag befallen war. Das war eine sehr schwere, spontane Hauterkrankung. Nicht übrigens, nicht infektiös, darum auch nicht ansteckend. Nicht infektiös. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, der zugleich die Bibel kennt. Das war nicht die berühmte Lepra, von der alle denken, das ist Lepra, das ist überhaupt kein Lepra. Wenn ihr zur Zeit Jesu von Aussatz gesprochen habt, ist es nicht die indische, die berühmte indische Lepra, die eine Infektionskrankung ist, sondern das ist eine Hauterkrankung, ein schwerer Hautausschlag, der nicht ansteckend ist. Lepra ist hoch ansteckend. Aussatz ist nicht ansteckend. Du kannst immer streicheln bis zum Exzess und die Frau einen gewisseren Aussatz bekommen, weil der Aussatz ja eine sogenannte Strafe ist, die nur du bekommst, die kriegt ja kein anderer. Lepra ist ansteckend, ist wie Corona. Aber Aussatz, der in der Bibel genannt wird, ist nicht ansteckend, weil es ja nur den Menschen befallen soll, der sich unanständig benimmt dem anderen gegenüber. Und darum möchte ich Ihnen sagen, dass die Priester selbstverständlich die Kohanim gemacht hatten, solchen Menschen zu sagen, zum Beispiel nach der Betrachtung, nach der Beschau, nach sieben Tagen, deine Sünden sind ihr vergeben. Warum? Weil man sieht, dass das Fleisch des Menschen wieder regulär war. Das heißt, es steht in der Bibel, dass der Aussatz bemerkbar war durch eine bestimmte, sehr starke Geldverfärbung und natürlich auch zerfallene Haut. Und der Priester schaut sich das an, der war ja damals zugleich ein Arzt, und stellt fest, nein, was noch übrig geblieben ist, ist eine Rückbildung dieses Aussatzes, du bist gesund, bring ein Opfer, du darfst nach Hause gehen. Das heißt, machen wir uns bitte bewusst, diese Autorität auszusprechen, deine Sünden sind dir vergeben, hat nicht nur Jesus. Viele Christen, die ich kenne, denken, das konnte nur Jesus. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Die Priester zur Zeit des Denkens, lesen Sie bitte zu ihrer Erleuchtung, Neviticus 11, 12, 13, 14, 15 bis 18, mal so durcharbeiten, entweder gründlich oder überoberflächlich. Priester waren immer dazu da, schwere Krankheiten, Aussatz, sowohl, es gab drei verschiedene Formen von Aussatz, Aussatz am Körper, Aussatz an der Kleidung und Aussatz am Haus. Wird alles aufgeschrieben, in etwa in Neviticus 11 bis 15. Und nur der Priester, nur der Priester war damals zugleich ein Therapeut wie Jesus und zugleich der Mann Gottes, der das überprüfte. Und im Namen Gottes, wenn die Periode abrief, die sieben Tage der Absondag und er nichts mehr feststellte, oben, auch im Haar konnte das passieren und er konnte dann sagen, Gerling, du bist befreit von deinem Aussatz, bring bitte denn wieder, Gott hat dir vergeben oder passivisch ausgerückt, deine Sünden sind dir vergeben, du bist befreit, Gerling. Das heißt, ich möchte Ihnen das Thema weit fassen. Diese Fähigkeit zu sagen, deine Sünden, Mensch, du Kind Gottes, ich sehe, dass deine Sünde vergeben sind, weil du mir gezeigt hast, durch deine Bereitwilligkeit herunterzukommen und durch deine Überprüfung deines Ausstrahlungsvermögens, denken Sie, die Priester haben ja gerade Menschenkenntnis ohnegleichen, sehe ich, dass der Tag gekommen ist, an dem du neu geboren bist, du bist deine Sünden sind dir von Gott vergeben, du brauchst nicht mehr so Angst zu haben, dass du weiterhin bettlägerig bist. Verstehen Sie, Bettlegerigkeit, schwere Lähmungen, wurden natürlich, ich will nicht sagen Strafe, höchstens in Anführungszeichen, ich nenne es gerne als Konsequenz Gottes betrachtet für die Verfehlung. Nochmal kurz zum Aussatz, Aussatz war wirklich in Anführungszeichen eine Strafe, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn du dich schlecht benamst, einem anderen Menschen, überdenken Sie auch an Miriam, die ja aussätzig war, weil sie schlecht über ihren Bruder sprach. Aussatz bedeutet, deine Haut zerfällt wirklich und hat gelbe Flecken und ist wirklich zusammengeschrumpft. Das heißt, und das wusste man, steht auch in der Bibel, wer Aussatz bekommt, hat sich miserabel verhalten dem anderen gegenüber und muss, wie die deutsche Sprache es ja auch sagt, ausgesetzt werden, damit er zu sich kommt und sein Sozialverhalten überprüft in der Zeit, Gerlind, in der er in Quarantäne ist. Er sitzt in Quarantäne, über Corona. Der musste wirklich ausgesetzt werden in die Einsamkeit außerhalb des Lagers und wenn er sich besann, das ist ja die Idee des Ausgesetzts außerhalb des Lagers, wenn er sich besann und merkt, ich habe nicht gut gesprochen über Gerlind oder über Angela Merkel und bereue es, dann schwindet dieser Aussatz, sodass er wieder gesellschaftsfähig wird. Jetzt verstehen Sie, wenn jemand Aussatz hat, war er nicht mehr gesellschaftsfähig. Dann hat man einfach nicht angefasst, weil er eklaregend war. Nicht, weil er ansteckend war, weil es eklaregend ist. Dieses Geschwür ist furchtbar. Und der Mensch hat sich auch geschehen, um sich in Gesellschaft zu begeben mit so einem kaputten Erscheinungsbild. Und das ist gewollt, damit der Mann sich zurückzieht, sich besinnt auf sein soziales Missverhalten, sich korrigiert, wo Gott auf die Knie geht im Klartext und wenn er sich nach sieben Tagen verändert hat, geht er außer zurück. Das heißt, es ist eine psychosomatische Erkrankung. Psyche und Soma arbeiten zusammen. Ist die Psyche krank, ist der Körper krank. Darüber haben wir schon gesprochen. Ist die Psyche gesund, ist der Körper gesund. Das alte Spiel in der Psychosomatik. Jesus sagt das, und er sagt es mit dem Brust und der Überzeugung. Ich bin davon überzeugt, durch deinen Glauben, den ich heute hier erlebt habe, und deine Ausstrahlung, das sieht ja nur ein Doktor, nur der Doktor kann das. Doktor Jesus nenne ich ihn. Doktor Jesus. Doktor Jehoshua, Jesus sieht das. Und ich vertraue ihm, dass er das meisterhaft in den Augen, wie der Priester seiner Zeit gesehen hat, ob der Mann schon gesellschaftsfähig ist, sprich davor steht, die Lähmung wegzubekommen. Noch ist die Lähmung ja nicht weg. Er hat dir nur gesagt, deine Sünden sind geverliebt. Oder ob er das nicht ist. Das kann ein Mann von der Größe Jesu, noch ein Mann der Größe eines hohen Priesters in Jerusalem. Nun fällt das Theater an, in Vers 21, um die Schriftgelehrten, das heißt, ich vermute Sadduzea, die dort präsent waren, welche Art von Sadduzea noch immer. Ich nehme einen Repräsentanten aus Jerusalem, die er dort haben will, Lukas. Die fragen sich, wenn er darüber nachzudenken, und sprachen, wer ist dieser, der solche lässt, und spricht, wer kann Sünden vergeben? Und jetzt will ich Ihnen was ganz Großes sagen. Was ganz Großes. Bereiten Sie sich vor, wir heben ab auf 20.000 Kilometer Luftansatz, beziehungsweise El Al. Dieser Satz, wer ist dieser, der solche Nesteron ausspricht? Wer kann Sünden vergeben, als nur Gott allein? Das kann nur jemand stellen, der neidisch ist auf die Größe Jesu. Das sagt man ganz offen. Der nur stinkt, aber wirklich stinkt neidisch. Stinkt grauenvoll neidisch ist. Warum kann dieser Jesus mit 30 Jahren, der war ja 30 bis 30, wieso kann der Mann das? Der hat doch gar nichts gelernt. Was hat der gelernt? Der ist doch kein Doktor, der ist doch gar nichts. Wieso kann der das? Und wissen Sie, wenn wir das nur gesagt haben, kann die Sadduzeer. Das können nur die Priester in Israel gesagt haben. Und zwar zur Zeit Jesu, das wissen Sie ja durch die Bücher meines Vaters, die Sie hoffentlich kennen. Mein Vater sagte, und nicht nur er, dass es eine Spannung gab zwischen Sadduzeern und Pharisäern. Die Sadduzeer waren die Besserwisser, so nenne ich sie. Die waren die Besserwisser. Die waren eine kleine Kaste in Jerusalem. Manchmal nennt er sie auch die Schriftgelehrten. Sie kannten die Schrift und lehrten sie stupide mit der Härte der Formalität, wie Rom es heute auch tut. Rom, der Papst sagt, du hast nicht zu onanieren und Rom sagt, du hast, weiß ich, nicht zu heiraten als Priester der katholischen Kirche und du musst an die Jungfrau und Geburt glauben und ob es dir passt oder nicht. Und Empfängungsverhöhungsmittel sind teuflisch etc. Rom verkündet, was ein Katholik zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Da wird nicht lange argumentiert. Das wird einfach befolgt oder du kommst in die sogenannte katholische Hölle. Und so müssen sie sich mit einigen Abstrichen entschädigen. Es gab ja keine Hölle. Die Kurien, wenn ich sie die jüdische Kurie in Jerusalem vorstelle, die Sadduzeer waren machtbesessen. Das wissen sie alle, wenn sie das Johannes Testament kennen. Die Sadduzeer waren eine jüdische Gruppe in Jerusalem, die machtbesessen waren und die nicht interessiert waren, in die Tiefe zu gehen. Das heißt, die hatten natürlich die Macht, wie zur Zeit Mose, jemanden freizusprechen von Ausland. Das war ihre Kompetenz. Das stand ihnen zu. Das mussten sie auch tun. Das steht ja im dritten Buch Mose. Das Buch war ja nicht abgeschafft. Aber wenn nun ein Mann kommt hier, der sowas sagt, was sie nur sagen dürfen, dann sehen sie einfach grün und blau und violett von aus. Das ist meine Interpretation. Das heißt, es handelt sich hier nicht um ein christlich-jüdisches Thema, dass Jesus sich als Christ darstellt und die Juden ein Problem mit ihm haben. Das ist falsch. Dieses Narrativ stimmt nicht. sondern es ist ein inner-jüdischer Diskut, Gerne. Ein inner-jüdischer Diskut zwischen den Stockstreifen und Sadduzieren, die keine Konkurrenz tun. Niemand darf das können, was sie können. Nämlich Menschen bei Aussatz zum Beispiel gesund sprechen, was sie ja von Jesus ja auch kennen. Sie kennen ja die Heilung der zehn Aussätzigen. Da sagt er Jesus, zeige dich im Tempel den Priestern und wenn die Priester dich für gesund erklären, dann darfst du dich bedanken und weil sie sich dein Lämpchen bringen, dann wieder. Das kennen sie auch bei Jesus, wenn sie das Neue Testament mit Gründen nicht lese. Das hat dem Sadduzieren nicht gefallen. Das deute ich. Das hat ihm gar nicht gefallen. Wer ist dieser Lackel? Wer ist denn dieser möchte gern Heiler, der da sagt, ich habe Sünden, wer kann Sünden vergeben, die noch verteidigt. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht darum geht, Jesus diese Fähigkeit abzusprechen, sondern es ist die Fähigkeit, wer darf außer uns sowas tun? Das ist einfach guter Neid. Gerne, ich spreche es ganz hochdeutsch aus und wir alle. Das ist primitiver Futterneid. Ich sage es Ihnen in aller Schärfe eines Professors, der sich sehr gut auskennen darf. Das ist primitiver Futterneid. Die Sadduzier dulden niemanden, niemanden gerend, der außer ihnen die Fähigkeit hat, einem Menschen, ob er gelähmt ist oder schwul ist, bei irgendwas hat, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und das verpackt Jesus so, dass der Eindruck entsteht, Jesus habe etwas gemacht, was sich nicht schickt, wobei er das überhaupt nicht gemacht hat, sondern wer kann Sinn vergeben, weil es nur Gott allein heißt, nur wir haben diese Fähigkeit. Der Sadduzierte in ihr wirklich Zustand. Und was erlaubt sich dieser Mann? Das ist dieser innerjüdische, ich wiederhole es sehr deutlich, um Ihnen wirklich Wissen zu geben. Wer ist dieser Jesus, der sich einbildet? Er könne uns, sagen wir es mal ganz deutlich, ins Handwerk pfuschen. Sie sehen, wie ich mich gut auszudrücken verbar. Warum pfuscht uns dieser Mann ins Handwerk? Da ist doch gar nichts. Was ist denn dieser Mann gebraucht? Der ist doch gar kein Sadduzierte, der darf das doch gar nicht. Und noch dazu, wenn das Volk an seinen Lieben hängt, das macht sie doch rasend vor Wut. Rasend! Er läuft doch den Rang ab. Verstehen Sie? Wenn die Sadduzierte in Machtbesessen in Jerusalem sitzt, nun merken, das ist ja ein Wunder nach dem anderen, dass der Mann letzte Woche hat er doch die bucklige Frau, die verkrümmte Frau geheilt, dann werden wir noch mehr Heilungen vor, Frau Gerlindrich, der Mann heilt ein nach dem anderen. Es steht ja da, dass das Volk sich ja schadenweise um den Mann stellt und er heilt ein nach dem anderen. Das heißt, damit schwindet die Autorität der Sadduzeer, so deutlich hin, dass das war, die Autorität der Sadduzeer, allein, das Alleinmonopol, schauen Sie, wie gut ich mich auszudrücken vermag, das Alleinheilungsmonopol, Gerlind, das Alleinheilungsmonopol schwindet dahin und zwar markant. Und wenn jemand, um es sehr deutlich zu sagen, Minderwertigkeitskomplexe hat und zwar ein großer Minderwertigkeitskomplex hat, mag der das gar nicht, dass da Konkurrenz entsteht. Da entsteht harte Konkurrenz vor der Tür, Gerlind. Irgendein hergelaufen halt nackter Mann kommt aus Nazareth, aus einem Loch in Galiläa und die Menschen sind überwältigt, Gerlind. Das ist nicht christlich-jüdische Spannung, das ist inner-jüdische Spannung zwischen einer, wie mein Vater sagte, korrupten Gruppe in Jerusalem, die es nicht duldet, wenn andere Menschen wagen, mit noch mehr Charme und noch mehr Kompetenz, Menschen mit einem Fingerschnipsen zu heilen. Das macht ihnen Angst und macht sie minderwertig. Da fühlen sie sich so klein wie eine Maus. Da fühlen sie Minderwertigkeitskomplex. Und das sehe ich, diese Empörung, wer ist dieser Mann, denn das stimmt nicht, der hat doch gar nicht gelästert. Gerlind schallt doch deinen gesunden, göttlichen Mensch verstanden. Der hat doch überhaupt nicht gelästert. Das ist doch Unsinn, Gerlinde. Aber wenn du bedenkst, dass da Psychopathen sitzen, Sie sehen, ich kann auch über meine Juden derftig sprechen. Das sind Psychopathen, das sagen alle großen Historiker heute. Diese Sanuzer waren wirklich psychopathologisch gestört, weil sie machttrunken waren. Sie waren angesteckt durch die römische Besatzung und die Herr war ja auch machtbesessen. Also haben sie sich von denen anstecken lassen. Low and order. Es geht nur das nackte Diktat am Markt. Und da kommt ein Juden und sagt, ich brauche das überhaupt nicht. Ich brauche euch überhaupt nicht mehr. Ihr könnt abtreten. Feierabend. Die haben Angst. Die haben Existenzangst, um sehr deutlich zu werden. Schauen Sie, wie schön ich das erklären darf. Sie haben Existenzangst, Gerlinde. Wenn der Jude es weiter treibt, und er treibt es ja ohne Ende, dann sind wir entmachtet. Wer kommt denn dann zu uns noch, wenn er ein Problem hat? Die gehen doch alle zum Juden, zu diesem Juden Jesus. Kauft mehr bei Jesus. Kauft mehr beim Juden. Und darum auch dieser psychopathologische Vorwurf, wer ist dieser, der solche Lästerung ausschaut. Das ist doch überhaupt keine Lästerung, Gerlinde, Befreude und Freude. Was ist denn daran lästerlich? Jeder Priester sagt das, wie gesagt, beim Aussatz. Deine Sünden sind dir vergeben, beziehungsweise du bist frei vom Aussatz, weil du nicht mehr sündig bist. Geh, opfere deinen Lamm. Das ist doch überhaupt nicht lästerlich. Das ist doch widerlich, was da hineininterpretiert wird. In der Hinsicht, dass er wirklich eine Lästerung gesprochen habe, weil Jesus über den Juden umsteht und die Juden ihn nicht verstanden haben. Das stimmt nicht. Die Juden kamen doch zu ihm zur Heilung. Diese Schweiz-Meins-Malerei stimmt einfach nicht. Die Juden haben ein Problem mit Jesus. Das war heute noch krassierend im Internet. Die Juden haben ein Problem mit Jesus. Jesus ist der erste Christ und Jesus heilt im Namen des Hades. Das ist doch so ein Bullshit, so ein Unsinn, so eine Peinlichkeit, wenn ein Christ so ein Unsinn heute noch wagt, im Oktober 23, so etwas auszusprechen, so eine Nazi-Terminologie. Jesus ist der erste Arier. Jesus ist der erste Christ. Er zeigt, dass er die Dummheit und die Verblödung der Juden überwindet. Das ist Nazi-Denken, schmutziger Antisemitismus, wenn Sie sowas heute noch denken. Eine Schande bei Christen. Ich nenne ja keine Namen auszusprechen, sondern ich sage Ihnen als Herr Fachmann, da geht es nicht um Christentum versus Judentum. Jesus, der Christ und die anderen primitiven Juden, sondern innerjüdisch nochmal. Sadduzeer haben ein Problem. Das ist ganz klar. Sie leiden unter Mitterwertigkeitskomplexen und Sie wissen genau, dass sich in der Gesellschaft etwas tut, weil viele Menschen in Bewegung sind. Viele Pharisäer können Wunder bewirken, nicht nur Jesus. Und das macht sie klein und darum erfinden sie, zumindest aus der Sicht des Lukas, diesen Vorwurf, nämlich diesen Vorwurf, wer kann solche Lästerungen aussprechen, wer ist dieser Mann, das ist überhaupt keine Lästerung. Aber aus der Sicht der Sadduzeer ist es eine Lästerung. Ich darf ganz kurz auch erwähnen, was mein Vater in seinem Buch schrieb, Wer war schuld am Tode Jesus? Sie wissen, das wird ja auch heftig diskutiert und es wird immer wieder dargestellt, dass die Juden ja schrien, kreuzig ihn, kreuzig ihn. Das stimmt einfach nicht. Das möchte ich nur kurz einwerfen, dass Schuld am Tode Jesu jüdischerseits natürlich nur die Sadduzeer waren. Die paar Menschen, die auf dem Hof vor dem Perfekten schrien, kreuzig ihn, kreuzig ihn, haben Pontius Pilatus nicht veranlasst, ihn zu töten. Sondern wenn eine bestimmte Gruppe von Juden am Tode Jesu interessiert war, dann waren es genau diejenigen, über die wir heute Abend sprechen, nämlich die Sadduzeer. Und da sage ich ganz bewusst, die Sadduzeer, denn das war eine überwiegend homogene Gruppe von Menschen, die nicht ausstehen konnten. Wenn irgendjemand, noch einmal, damit es für sie wirklich deutlich wird, irgendjemand ihnen Konkurrenz bietet, die können es nicht ausstehen, weil sie korrupt waren, weil sie käuflich waren durch die Römer. Mein Vater nannte die Sadduzeer Römlinge, das ist ein Wort meines Vaters. Ein schönes Wort, das ich ihnen heute schenken möchte. Am 30. September, zu ihrer Belehrung. Römlinge, Römsympathisanten, das waren Prostituierte, nenne ich das. Die Kurie, die jüdische Kurie der Sadduzeer waren Prostituierte, männliche Prostituierte. Das heißt, die haben alles gemacht, um Rom lieb zu sein. Und sie wussten ganz genau, wenn wir Juden nach Rom ausliefern, dann wird uns Pontius Pilatus und der römische Kaiser natürlich loben. Das war doch opportun. Juden sind schmutzige Menschen aus der Sicht der Römer. Und wenn man Juden ausliefert, an Pontius Pilatus, den Präfekten in Jerusalem, und der das wiederum Rom reportiert, und da haben wir einen Juden gefangen, der ist gefährlich. Der wiegelt das Volk auf gegen Rom. Was meinst du, wie die Sadduzeer belohnt werden, wenn sie sagen, wir haben wieder so einen geschmacklosen Juden gefunden, der Unruhe stiftet. Und Jesus war natürlich ein Unruhe stifter. Bitte machen Sie sich bewusst, Jesus, das Wort meines Vaters, war ein Unruhe stifter. Der hat nicht für kuschelige Weihnachtsabende gesorgt, sondern er hat die Menschen zu Gott neu formiert und hat sie zu ihrer Eigenständigkeit Gerlind erzogen. Du bist verantwortlich für deine Heilung. Erst musst du dich verändern und dann sage ich dir, dass du im Namen Gottes freigesprochen bist, so dieser Mann im Bett. Das ist etwas Neues, diese Emanzipation Gerlind von der Diktatur, schauen Sie, wie ich mich gewählt für Sie ausdrücken darf, bis Gott jetzt gerne, diese Emanzipation von der Diktatur, von der Omnipotenz der Kurie, der jüdischen Kurie in Jerusalem ist einzigartig bei Jesus. Der erzieht sie zur Emanzipation, wohingegen die Römlinge, wie mein Vater sie nannte, die Kurie sie zur De-Emanzipation, nämlich zur Versklavung, zur spirituellen Versklavung an die Kurie in Rom hält. Nur wir entscheiden, wer gesund wird. Kein anderer Gerl. Und der sagt einfach, ich mache das. Das reizt sie aufs Blut. Sie kochen vom Blut, sie sieden Gerlind. Und dann geht es weiter, sagt Jesus, wir sind in Vers 22, da aber Jesus, Joshua, sah ihre schmutzigen Gedanken, ihre neiderfüllten Gedanken, er sieht doch sofort, was da läuft. Und antwortete er ihnen, und jetzt kommt die Frage, ein Jude erkennst du immer an einer Frage, nicht an der krummen Nase, was denkt ihr in eurer Herzen? Das heißt, er sieht sofort, das Herz ist krank. Herz müsst ihr sitzt, der Weisheit sein, das Herz ist verdorben. Liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, kennen sie das Autonomium 6,4, die kennen das Wort Liebe überhaupt nicht, obwohl es in der Tora steht. Die kennen nur einen Gott, Besessenheit, Machtbesessenheit, 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 das durchschaut der Mann. Und er fragt sie auch provokant, was passiert mit euch? Wo ist die Liebe? Wo ist eure Liebe? Wo ist die Nächstenliebe? Wo ist Leviticus 19,18? Wer erhafter, leere Echa, der Mocha. Liebe der Nächste, will ich selbst, darauf treten die doch mit Füßen. Denen geht es doch nur um Rechteraberei. Und dann geht es weiter in 23, das was Christen auch nicht, viele nicht, viele nicht verstehen. Was ist leichter zu sagen? Jesus stellt gleich die zweite Frage. Er ist ein doppelter Jude. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind die vergib, oder zu sagen, steh auf und wandle. Und damit will er sich natürlich provozieren. Er will sagen, was ihn mir da unterstellt, das ist doch Dummheit. Natürlich habe ich nicht nur gesagt, deine Sünden sind die vergib. Ich kann auch viel mehr. Aber das nur im Namen meines Vaters. Das heißt, er will ihm zeigen, ihr versteht überhaupt nicht, was hier passiert ist. Innerjüdisch, wohl, du merkst gerne. Innerjüdischer Konflikt notierst du gerne. Und sie anderen auch. Er sagt ihnen, als ein Pharisäer, ich betone, er war ein Pharisäer, Pharisäer ist ein Akademiker, das ist kein schmutziger Bildung, ein Akademiker, der er war, das sagen und viele Professoren wie ich, er war ein Akademiker, ein Pharisäer, Gelehrter, gebildet habe, er sagt ihnen, sag mal, was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Ich sage euch jetzt ganz oft, was ist leichter? Wenn ihr denkt, ich sei ein Pfuscher, der nur mich in den Vordergrund stellt, dann sage ich euch mal, dass das nicht stimmt. Und wenn ich sage, deine Sünden sind ihr vergeben, meine ich natürlich Gott. Ihr denkt zwar, dass es leicht ist, sowas zu sagen, aber ich habe mir das natürlich überlegt, weil ich mit Gottes Autorität arbeite, was ihr ja nicht mehr tut. Ich habe das natürlich mit Gottes Autorität gesagt. Jesus kann ja gar nicht anders ändern. Sein Name ist doch schon Neoshua, Gerlind. Sein Name ist verpflichtet, sein Gott gegenüber Gerlind. Es geht doch gar nicht anders. Das wollen sie doch nicht durchschauen, die Sadduzeer, nicht die Juden. Nicht die Juden, die Sadduzeer. Die Juden waren ja gerade interessiert, an ihm zu hängen. Vorsicht mit die Juden. Das ist eine Naziterminologie. Die Juden haben das Geld und die Juden sind unser Unglück. Darum geht es nicht. Und darum sagt er, was habt ihr für ein Komplex? Was habt ihr für einen Komplex? Ihr habt ein Komplex, und zwar einen Krankhaften. Und da sagt er, natürlich habe ich das gesagt, aber jetzt sage ich euch noch etwas. Ich kann noch mehr machen. Ich kann dem Mann sagen, was er ja auch oft sagt, steh auf und wandle. Das heißt, ich werde gleich sehen, dass ich noch mehr Autorität habe, die ihr nicht habt. Es bleibt ja nicht nur dabei, dass ich, wie ihr sagt, die Sünden sind vergebend Feierabend. Sondern ich werde ihm gleich sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh, was eben bei Johannes Wendt auch noch kommt. Und jetzt kommt der ganz wichtige Satz, den viele missverstehen in 24, nämlich damit ihr wisst, dass es Menschen so voll macht und so weiter, Sprachat. Jetzt müssen wir dringend klären, was ist der Menschensohn? Der Menschensohn ist ein Begriff, der bei Ezekiel vorkommt, und zwar 93 Mal. Den Begriff müssen wir unbedingt klären. Benadam heißt streng genommen Adams Sohn. Gerne schreibt das auf, ihr hatten das schon mal. Es ist Sohn des Adams, nicht Menschensohn. Das wird auch falsch übersetzt. Ich wiederhole, das ist ein Begriff, der in der Eschatologie, in der Endzeitlehre des Propheten Ezekiel, 6. Jahrhundert vor, längst vor Jesus, benutzt wird, um den neuen Adam, eine neue spirituelle Figur nach dem sündigen Adam zu porträtieren. Stereinander heißt, Menschensohn Adam Sohn, wenn Adam, B-E-N-A-D-A-N darstellt. Das heißt, er will damit sagen, ihr versteht gar nicht, dass ich nicht aus mir handele. Denn, der Linde, jetzt mal Frage an dich, für unsere Leute, wie müsste Satz 24 laufen, wenn Jesus überheblich wäre und aus seiner Autorität heraus sich einbildet, alles machen zu dürfen? Rein grammatisch und philologisch, 24. Ja, dann müsste es eigentlich heißen, damit ihr aber wisst, also ich habe jetzt Schlachter gerade, dass ich Vollmacht habe, auf ihr zu geben. Ja, und wie deutest du es, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass Jesus, der sehr wohl ein Ich-Bewusstsein hat, nichts sagt, er könnte doch sagen, ich bin der große Mann, schau, was ich mache, schnipps und alles funktioniert. Warum sagt Jesus nicht, obwohl er keine Komplexe hat in Bezug auf seine Ich-Identität, warum sagt er, damit ihr aber wisst, dass ich, warum sagt er nicht, warum, dass ich auf Erden Sünden vergeben kann, sprach er zum Gelegen, ich sagte doch, warum meidet er das nicht? Er hat sehr wohl bei Johannes Ich-Worte. Warum sagt er hier bewusst nicht Ich, sondern dieser noch nicht näher definierte Menschensohn? Wer ist dieser, der Menschensohn? Ja, also ich denke, es klingt im Moment vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass es eine gewisse Verallgemeinerung ist, dass jeder, der nach Art dieses neuen Menschen lebt oder mit Gott verbunden ist, diese Fähigkeit hat? William, genau das wollte ich Herrn Gerling, Mischuleme. Jesus will sagen, und das ist der Höhepunkt unserer heutigen Sendung, es geht nicht um mich. Er kann natürlich sagen, ich, der hat kein Komplex. Wer ein kleines Kind, weiß ich, wenn du ein Kind hättest, Juval, oder kann auch sagen, dass ich, weiß ich, zwei Jahre war, habe ich gesagt, der Juval hat Hunger, oder Juval will essen, Juval will spielen. Jedes Kind sagt doch erst mal von sich in der dritten Person, weil es noch kein Ich-Bürus sein hat. Das ist nicht das Thema von Jesus. Jesus leidet nicht unter defizitären Entwicklungshüben, sondern er will damit sagen, es geht mir gar nicht um mich. Es geht mir nicht um mich. Er will ja keine Titel, er will ja keine Titel, er will das gar nicht. Sondern er sagt, ich bin Teil eines viel größeren Geschehens, nämlich dem Begriff des Menschen. Jetzt sage ich noch etwas zu Ezekiel, den ich genannt habe. Das Buch Ezekiel, wenn Sie das bitte alle notieren, liebe YouTube-Freunde, ist das einzige Buch in der Bibel, in dem der Name des Verfassers nur einmal vorkommt, nämlich am Anfang Gereskel. Es gibt kein Buch, damit Sie sehen, was ich Ihnen heute schenken darf, kein Buch in der Bibel, in der heiligsten Schrift auf Erden, in der ein Prophet nicht einfach genannt wird. Jesaja wird mit Jesaja genannt. Jiramir wird genannt mit Jiramir. Komm, Jiramir, geh. Und Amos, die kennen sich doch aus, die wird immer mit Vornamen genannt. Wunderbar. nicht so in dem großen Prophet Ezekiel. Ezekiel wird einmal am Anfang vorgestellt, die Heskel macht Gies und weiß nicht, du bist der Sohn von ihm. Und 93 Mal, die Zahl werde ich nie vergessen, 93 Mal, mehr als in allen Evangelien zusammengelehnt, wird der Begriff Menschensohn Ben-Adam genannt. Damit Sie sehen, welchen Vorläufer, was viele Christi ja nicht wissen, dieser Terminus Theologicus im Neuen Testament hat. Ich wiederhole, 93 Mal, wissen Sie, was das heißt? Das ist mehr als doppelt so viel Erwähnungen von Menschensohn, mit denen ja Jesus natürlich immer wieder arbeitet. Aber Jesus arbeitet und Lukas auch aus einem Vorthema, nämlich dem Propheten Jekeskel. Und Jekeskel, ja, Ezekiel auf Deutsch, ist der Prophet, der in der Endzeit lebt und gewaltige Bilder hat von der Endzeit. Und Gott spricht ihm, jetzt passen Sie auf, immer mit Menschensohn. Er sagte nie Jekeskel, so als würde ich dir sagen, Gerlind, du Tochter Gottes. Das würde ich immer meiden, zwanghaft meiden, dich anzusprechen mit Gerlind, und immer sagen, noch dazu in der dritten Person, die Tochter Gottes aus Mönchengladbach wird das sagen. Die Tochter Gottes wird uns den Text vorlesen. Da würde man sich fragen, was hat denn der Herr Lapid für ein Komplex? Warum kann er nicht sagen, Gerlind, schlicht doch mal. Das hat natürlich eine Bewandtnis, und zwar eine sehr große Bewandtnis, weil Gott in Ezekiel etwas sieht, was Teil eines größeren, Numinosen, als geistigen Prozesses ist. Noch einmal, der einzige Prophet, ich möchte Sie wirklich bitten, das zu lernen, es ist gereicht Ihnen zur Ehre zu Hause, der einzige Prophet, Künder, wie Martin Huber sagt, der nicht mit Namen genannt wird, obwohl wir wissen, dass er einen Namen hat. Er wird 93 Mal in allen aufregenden, heißen Prophetien, die an ihn ergehen, genannt, du Menschensohn, geh und verkünde, du Menschensohn. Ich weiß nicht, Sie kennen die besuchte Geschichte, nimm eine Schriftrolle in deinen Mund, und die wird dann süß wie Honig. Und sie wurde süß wie mein Honig. Das sind aufregende Geschichten und Gott kann ihn doch Ezekiel nennen, das ist doch kein Problem für Gott. Aber er will es nicht. Weil dieser Ezekiel, wie du eben sehr schön erklärt hast, Gerlind, der neue Mensch ist der Prototyp des erneuerten Adamsohns. Er ist der neue Adam durch sein endzeitliches Verhalten und Jesus lebt ja bekanntlich auch in der Endzeit. Er spricht und redet ja glücklich, dass die Endzeit kommt. Ich gehe zum Vater und ich verabschiede mich von euch und meines Vaters Wohnungen im Haus in vieler Wohnungen. Es sind ja lauter Endzeit-terminologische Begriffe, Gerlind. So auch hier. Und das liebe ich. Das liebe ich, diese Präzision des Lukas. Wenn er Jesus nicht sagen lässt, das wäre doch für ihn ein Kunst, ein Handgriff, ein Handgriff zu sagen, ich kann. Das ist doch für Lukas kein Problem. Wer kann das denn überprüfen? Wer will das überprüfen? Was Lukas im Jahre 80 schreibt über Jesus, der im Jahre 30 bis 33 gewählt hat, das kannst du doch gar nicht belegen und das kannst du auch nicht widerlegen, Gerlind. Niemand war noch dabei. Und dennoch ist Lukas authentisch und lässt ihn sagen, der Menschensohn kann dies tun, weil er Jesus rücken will, in dem Jesus, was er sagt, in die Kategorie eines viel größeren Wesens, das nicht an sein primitives, lächerliches, käufliches Ego denkt. Jesus will kein Ego haben. Jesus braucht kein Ego. So wie viele andere Rabbiner, Ireskel, Ireskel braucht auch kein Ego. Sie finden in den 48 Kapiteln, die ich mit dir bearbeitet habe, vor einem Jahr, zwei Jahren, nicht ein einziges Mal ein Auflehnen des großen Propheten Ireskel gegen Gott. Warum nennst du mich nicht mit Vornamen? Ich habe doch einen Vornamen von dir. Warum nennst du mich nicht so? Das hat Jesus gesagt. Ireskel nicht nötig, weil er auch ein Mann ist ohne Ego, Gerlinde. Der ist ohne Ego. Der braucht nicht diese Spielerei. Ireskel, bist du so lieb, gehst du jetzt zu den Kindern des Israels. Der versteht, dass es um etwas Größeres geht, als das kleine, mittelige Ego, das eh sterben wird. So auch Jesus, Joshua. Joshua weiß, dass es nicht um sein primitives Witz-Ego geht. Das Ego geht direkt kaputt. Was übrig bleibt, ist die Neshamah, die Seele des Menschen, wenn wir in die Ewigkeit gehen. Und darum sagt er diesen Besserwissern, wie ich sie wirklich spöttisch nenne, dazu, damit ihr wisset. Wissen heißt ja im Gutum mehr als nur Wissen. Das heißt nämlich auf der tiefsten Ebene verbunden sein. Wissen ist mehr als nur Oberfliekt. Um etwas durchdauen lassen. Nämlich, ihr sollt auf der Tiefe verstehen, was ich hier wirklich mache. Denn ihr, Sadduzeer, versteht das nicht. Ihr seid kleinkariert. Ihr seid Ego besessen. Noch einmal, ihr, Sadduzeer, ihr seid Ego besessen. Euch geht es nur um euer Ego, eure Macht. Wie lange stehe ich noch in Jerusalem, als der große Papst? Und die Kurien. Euch geht es um Ego. Mir nicht. Ich will das gar nicht. Ich verzichte auf mein Jesus-Claiming. Ich will nicht, dass ihr mich Jesus nennt. Ihr könnt das euch abschmecken. Und ich nenne mich selbst auch nicht ich, der große Zauberer. Ich brauche das nicht. Es geht mir um den Vater. Und es geht mir nicht um mich. Und darum sagt er, deutlich, damit ihr wisst, dass das Menschensohn, das ist der Adamsohn, der Adamsohn, den ich jetzt glaube, wie gesagt, nennt. und ich bin ein Teil dieses größeren Geschehens, das sich unter anderem durch mich manifestiert. Und ich bekomme Vollmacht. Ich mag das Wort Vollmacht nicht. Das ist so billig, so ein Bankbegriff. Ich bekomme die Autorität, kannst du auch schreiben. Das ist für mich ein viel zutreffender Begriff. Ich bekomme die Autorität oder ich bekomme die Aufgabe, kannst du schreiben. Kannst du auch schreiben, Aufgabe, Berufung, Mission. Ich bekomme die Aufgabe, Sünden zu vergeben, aber nur im Namen Gottes. Denn woher weiß ich das? Weil der Begriff Menschensohn ein theologischer Begriff ist, den Gott benutzt im Prophet Gesekel, um den Menschen anzusprechen. Das ist kein Menschenbegriff. Wenn ich dich nenne, du doch, der Gottes kommt, das aus meinem Menschenmund. Wenn aber Gott den Propheten 93 Mal nennt Menschensohn, dann weiß ich nicht, woher der Begriff kommt. Und wer den Begriff geprägt hat, nämlich Gott, mit dem er Jereskel 93 Mal adressiert, durch das ganze Buch. Das heißt, es ist ein eminent theologischer, ein eminent eschatologischer Begriff. Jesus verbindet sich damit. Weil er genau weiß, er lebt in einer bedrängten Zeit und die Zeitenwende muss kommen. Spätestens im Jahre 70 fällt hier der Tempel. Hat er ja auch angekündigt in Matthäus in den Wehrufen. Und darum sagt er, Leute, regt euch doch gar nicht auf, die Sadduzier. Was macht ihr für ein Theater? Meint ihr, es geht um mich? Ihr seid grün von Leid, das stimmt, weil ihr Komplexe habt. Aber mich müsst ihr nicht beneiden. Mich müsst ihr nicht beneiden. Sondern dank Gott, dass ich von unserem gemeinsamen Gott, von Sadduziergott und Sarisergott die Autorität bekommen habe. und die wissen genau, welche Spitze dem Begriff Menschensohn innewohnt, Gerlinde. Darum sind sie alle so schnell wie Mäuschen am Ende ruhig. Weil sie genau die Spitze Gerlinde verstanden haben. Wenn er sagt, ich bin Teil des Menschensohn, das wissen viele Menschen ja gar nicht, dort Christen, ist es ein sehr teils relevanter Begriff, von dem man sehr klein werden muss. Serie Cheskel. Das benutzt kein geringer als Gott, der den Menschen anspricht. Und darum sagt er, hör zu, ich habe von Gott die Autorität bekommen, damit ich sie, wie weit das Spiel noch geht, das sogenannte Spiel. Ich werde jetzt dem Mann nicht nur sagen, deine Sünden sind vergeblich, kann noch mehr tun, weil ich wirklich den Willen Gottes zum Eigen gemacht habe im Gegensatz zu euch. Das ist die Polemik. Ihr könnt das nicht, ihr könnt natürlich sagen, die Sünden sind vergebenden Aussätzigen zum Beispiel. Aber jemandem wirklich sagen, der da tot im Bett liegt, steh auf, nimm dein Bett und geh und er macht das dann auf und er geht es dann auf. Das kann nur jemand machen, der wirklich eine riesige prophetische Berufung bekommt. Eine Vollmacht von Gott, wie ihr seht, jetzt sie ja auch bekam. Ich konnte ja auch heilen, das steht auch in der Bibel, dass er mit Menschen sprach und sie wurden gesund und mit Menschen führte er sie aus der Bedrängnis heraus und er wurde ja auch auf das Totenfeld geführt. Kennst du ja, Ezekiel 37, die große Vision über die Toten. Da ist auch eine Anspielung auf seine Fähigkeit und er sagt es ja auch den Toten. Gott spricht, ich hauche in euch im Atem ein und auf einmal standen sie auf und die Glieder wurden groß und die Gefäße wurden schön und sie gingen durch das Feld. Daran siehst du ja, dass Gott durchaus, wenn er jemand Menschen so nennt, in einem sehr feinen Deutsch belehnen kann, altes Wort aus dem Mittelalter, behaften kann, belehnen kann mit einer Autorität, die du so uns nicht hast. Punkt. Das ist die Größe Gottes und da sagt Jesus und das glaube ich sofort ab, er kann ihm sagen, ich sage dir, steh auf, typischer Begriff Gottes auch, er maßt sich Gottes Autorität an, die steht ihm zu, nimm dein Bett und geh wieder die Dreigliedlichkeit, die wir letzte Woche hatten. Steh auf, das heißt, komm in die Gegend, komm auch innerlich in deine neue Beweglichkeit, nimm dein Bett, das heißt, ergreife die Initiative, du bist nicht mehr abhängig vom Bett, sondern das Bett ist abhängig von dir, du nimmst es und gehst und geh heim. Wieder die drei, die heilige Zahl drei der Verwandten. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und das, was er am Anfang auch sagt, was viele Menschen überlesen, ist mir auch wichtig. Ich sage dir, das ist ganz wichtig, das ist nämlich auch eine Autorisierungssloske. Verstehen Sie, weil Gott ja immer wieder, wenn er mit Mose spricht oder auch mit Menschen soll, immer wieder einleitend sagt und Gott sprach mit die Chesken oder mit Mose oder mit Jeremia, um zu sagen, dass alles von Gott kommt. Jesus maßt sich an, einen Begriff zu nehmen, der natürlich nur von Gott kommen kann. Dass er ihn bekam, ist für mich keine Frage, weil er diese Demut hatte und weil er ja immer wieder sagt, zum Beispiel durch dieses Passivum Divino, mit dem er das Szenario anfängt, dass es nicht um ihn geht. Ich bin nicht der große Mann. Ich will das gar nicht, zum Beispiel ein Exorzist, da haben wir ja die Skandale in Deutschland. Er ist kein Exorzist, bei dem es nur darum geht, schau wie groß ich bin. Ich bin so groß, ich komme morgen in den Spiegel, in die Zeitschrift Spiegel. Darum geht es ihm überhaupt nicht. Sondern er sagt immer, es geht um Gott. Und wenn Sie die Bibel ernst nehmen, die Evangelien wissen Sie genau, dass es Jesus nur um den Gott geht und nie um sich selbst. Das passt in das Bild. Und nachdem er ihm am Anfang schon gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, dieser jüdischen Beutung, das passt in die Bibel, sagt er, weißt du was, damit ihr seht, was ich noch kann durch Gott, das könnt ihr nämlich nicht. Ich werde ihm jetzt sagen, durch die Macht Gottes, Menschensohn, das ist eine Autorität, die ihm gegeben wird, ohne Benutzung um ich, das macht ihn ja so demütig und glaubwürdig. Das macht ihn demütig und glaubwürdig. Nämlich nicht ich, ich will kein ich haben, er hat sein Ich ausgedächtigt. Im Namen Gottes, im Namen Gottes, der ihm den Titel verleiht, ihm belehnt wird, Menschensohn, habe ich die Macht, ihm das zu sagen und schon passiert ist und dann kommt das Schöne hin und priest Gott. Wenn, jetzt mal eine Frage an ich, die du beantwortet kannst, wenn Jesus sich im Vordergrund gehabt hätte und sich groß sehen würde, was hätte der Mann dann sagen müssen? Ja, der hätte eigentlich vor Jesus niederfallen müssen. Genau, genau. Und genau darum liege ich diese Stelle, weil er nicht Jesus vor die Füße fällt und ihn küsst und abstreichelt, sondern sagt, ich denke doch gar nicht dran, ich mache genau das, was du wolltest, nämlich Gott preisen, denn Gott wird wichtig. So deutlich, bestehen Sie kohärent, meine Arbeit, so deutlich ist sehr messerscharf, weil der Mann sofort erkannt hat, dass es nur um Gott geht und nicht um den Menschen. Er hätte doch gesagt, Jesus darf ich die abküssen. Darf ich mich durch die Ländereien ziehen? Denkt er doch gar nicht dran. Hat man letzte Woche doch auch, dass die verkrümmte Frau Gott preis, Gott Vater steht im Vordergrund. Und das heißt, die erarbeiten Menschen kongenial. Jesus weiß, dass der Mann ihn versteht. Die anderen tut sich noch schwer, dieser Luziante. Die kommen langsam erst zur Erkenntnis. Aber derjenige, der sofort zur Erkenntnis gekommen ist, ist der Gelände. Der genau weiß, es geht um Gottes Willen mit der Doppeldeutigkeit dieses Begriffs. Es geht um Gottes Willen, Gelände, und nicht um Jesu Willen. Nein. Und darum sagt er auch, in einer Sekunde, er hat es verstanden, was macht er auf? Er macht die Augen auf, nimmt das Bett, auf dem er gelingen hat, ging heim und preis. Er war auch wieder eine Mehrgliederigkeit, als man, er steht auf, nimmt das Bett, geht, wir haben drei und eins, das heißt drei, und die vier, vier macht die Geschichte vollkommen. Die vier Gliederigkeit, die vier Elementigkeit der Schöpfung. Noch einmal, wie Jesus ihm sagte, erstens die Augen auf, das heißt, er konnte wahrscheinlich auch nicht sehen, es wird ihm etwas klar, was ihm nicht klar war, nämlich, dass Gott in Heilen wird, das ist auch eine symbolische Bedeutung. Es wurden ihm die Augen aufgeklärt. Wer hatte das auch? Paulus vor Damaskus. War ja drei Tage blind, Apostelgeschichte neun, und die Augen gehen eben auf die inneren vor allem, nicht die außerhalb. Und hier steht es auch in Vers 25, er stand auf, vor ihren Augen, wobei angedeutet wird, vor Augen hat ja die Bedeutung eben, dass es allen die Augen aufgeht, stand auf, nimmt das Bett, ergreift die Initiative, er ist einsichtig geworden, und, auf den er gelingerte, geht heim, und kurz davor preisert er doch Gott. Drei plus eins gibt vier. Und das liebe ich daran, an der Authentizität des Lukas. Lukas hätte das reinmogeln können, wenn er Christus, unsere Schwere bis zum Exzess ist, sagen wir mal, preis Jesus. Wer kann das prüfen? Er kann doch alles zusammenschreiben. Finde ich groß an Lukas, ich liebe Lukas, Sie sehen, wie ich ihn schätze, dass er nicht schreibt, obwohl er verrückt ist nach Jesus. Verrückt. Er macht aus ihm keinen Götzen, Gerdinand, liebe Freunde und Freundinnen. Er macht aus Jesus keinen Götzen, sondern dieser Mann preist Gott. Damit ist natürlich Gott Vater gemeint. Nicht Gott Jesus. Das gibt es nicht bei Lukas, aber bei den anderen. Das ist alles nur christliche Uminterpretation viel später. Und dann geht es weiter, da gerieten alle außen sich Verstaunen, ich vermute langsam, kommen auch die Saluzerien die Gänge, das liebe ich auch bei Lukas, alle gerieten außen sich, und sie priesen Gott. Das ist so schön, alle preisen Gott. Auf einmal merken sie, wenn der das kann, gönnen wir das auch. Niemand preist Jesus, Gerdinand. Dir wurde über Jahrhunderte etwas Falsches vermittelt. Jesus ist Gott. Das stimmt nicht. Nicht aus den Texten der Bibel, das ist Christologie. Sie preisen ihren Gott. Es wird doppelt da. Doppelt. Erstens preist er im 25. Dann steckt er sich an und alle priesen Gott sie bei uns. Das liebe ich. Wie verrückt. Und anschließend wurden voll Furcht, Furcht ist natürlich die Ehrfurcht, nicht die Furcht, das ist auch ein falscher Begriff. Das ist diese Ergriffenheit, Jira auf dem Beispiel, Jira, Jira, Jira. Jira heißt Ergriffenheit, das ist auch so billig mit Furcht wie vor einer Spinne oder einem Atomkrieg. Das ist dieses, Jira heißt Ergriffenheit, nenne ich es alternativ auf Deutsch. Eine tiefe Ergriffenheit durch die Präsenz Gottes in Gestalt eines Gesandten namens Joshua. Und sie sprachen, jetzt müssen sie auch etwas aussprechen, natürlich wenn er spricht, müssen sie ja aussprechen, sondern es stimmt das Bild nicht. Wir haben heute unglaublich, weißt du es bei dir? Er sagt ja bei mir Unglaubliches. Im Hebrischen steht, wir haben Großes gesehen. Sagst du uns gerade, was David Stern sagt? Wir haben heute außergewöhnliche Dinge gesehen. Im Hebrischen steht Großes, der Dolm, was ich mehr mag als dieses Wischi-Waschina Unglaubliches, außergewöhnlicher. Das heißt, du siehst, das was Jesus und was Lukas erreichen wollte, hatte er erreicht. Jesus ist nicht der bessere Christ. Es geht nicht um Christ versus Jugend. Es geht darum, pharisäische Bildung, pharisäische Demut und pharisäische Hilfsbereitschaft. Das gegenüber sadduzeischem Kopfdenken, Katzen, Kastenmenken. Und siehe da, sogar diese Sadduzeer, die dabei waren, wie viel auch immer dabei waren, das spielt eine Rolle, haben gesagt, wir haben, wir in Tod, das Liebe. Das heißt, ich möchte sagen, an ihnen ist auch ein Wunder geschehen. Nicht nur der Mann hat ein Wunder erlebt. Da ist auch etwas Wunderbares, Wundervolles mit ihnen geschehen. Dass die konzertiert sagen können, wir haben heute, hier in dieser Situation, ganz konkret etwas gesehen, womit wir nicht gerechnet haben. Da liegt ein Mann da und ein anderer Mann, der sich auf Menschensohn beruft, völlig demütig, bescheiden, ohne Spektakel, sagt ihm, steh auf und er geht. Das hat sie über den Aufung geworfen, über ihre Ideologie, wonach nur sie alles für Lisa und sehr. Und das will Lukas zeigen. Ein einfacher Mann, damit sehen wir gleich am Ende, ich muss auf die Uhr schauen, genau eine Stunde. Ein einfacher Mann aus dem Volk, der wirklich unbekannt war, hatte keine Titel, Vermag durch seine Demut und vermag durch seine Verbundenheit mit Gott, ich betone es ganz deutlich, damit sie das wirklich was Tiefes mitnehmen, durch seine Verbundenheit mit Adonai, siehe Menschensohn und siehe Passilung, Gewinnung, mehr zu bewirken, als sie wahrscheinlich über Jahrzehnte probiert haben und niemand ist aus dem Bett legen, und bin aufgestimmt. Wahrscheinlich haben die das auch probiert. Innerhalb ihres Rahmens haben sie natürlich gewirkt. Du hast Aussatz, zeig mir mal die Flecken, sind da Flecken? Nein, du bist freigesprochen. Ich möchte es nennen, das habe ich mir heute in der Sina Buche ausgedacht, für unsere Arbeit gelten, dieses Funktionierstum, das überwältigt er. Kannst du notieren. Dieses Funktionierstum, die Sadduzer sind Funktionäre, wie wir es immer gelernt haben, rein mechanisch. Hast du Aussatz? Fertig. Hast du keinen? Bist gesund. Aber Jesus ist jenseits dieses Funktionierstums. Er ist ein Mann des Herzens. Er hat diese Herzensweisheit, wie in der Bibel ja genannt wird. Denkt an Salomon, der gesagt hat, gib mir ein weises Herz. Er denkt mit dem Herzen, die anderen denken nur mit dem Hirn. Das bleibt nur bis hier. Bei Jesus geht es runter. Sehr viel runter. Und das macht diesen Juden-Jesus, nicht den Christen. Den gibt es nicht. Nur in der Fantasie. Er ist ein Jude. Diesen Juden-Jesus, den er sehr viel kennt, den er Menschen so genannt wird, das macht ihn mir so sympathisch. Und das macht, und auch in den Augen Lukas, ich rede ja aus der Sicht Lukas, Lukas, der bestimmt kein strenger Jude war, sondern ein messianischer Jude. Darf er ja. Er hat ja in Jesus etwas erlebt, was sein Leben verändert hat. Und dennoch liebe ich bei Lukas diese Liebe, diese Authentizität zum jüdischen Original. Er wird die Geschichte nicht umdrehen. Er könnte noch einmal mit Leichtigkeit sagen, und alle warfen sich vor Jesus nieder, wie in Schenstochau oder in Altötting. Ein Riesenkult mit Jesus. Und die Mutter Gottes kommt dann auch noch rein. Ein Riesenchaos. Das Unabituliches kann er machen. Lukas kann alles machen. Alles kann er machen. Macht er nicht. Weil er ein präziser jüdischer Denker ist. Jesus ist eh ein jüdischer Denker. Aber auch Lukas, der sich dem messianischen Glauben einschließt, darf er ja, ist ein präziser jüdischer Denker, der nicht Texte verbiegen wird, damit Jesus zu Gott wird. Gerne. Was sagst du? Ja, ich danke dir erst mal ganz herzlich. Du hast so unglaublich viel wieder aus dem relativ kurzen Text herausgeholt. Und vor allen Dingen natürlich diesen großen Kontrast, diese große Differenz zwischen den Sadduzeern und Jesus. Und ja, ich hatte ganz andere Assoziationen, während du das interpretiertest. Ich dachte, man kennt sowas ja auch aus heutiger Zeit. ist gar nicht so, nur ist einem irgendwie so recht vertraut. Jedenfalls als ehemaliger Katholik. Und ja, also ganz herzlichen Dank dafür. Und ich denke auch, diese Begriffe Menschensohn, dabei fiel mir übrigens ein, dass es mich früher sehr gestört hat, dass ich bei Ezechiel dann immer las, in der Übersetzung, Menschenskind. Und ich dachte immer, Menschenkind, du Menschenkind. Das klingt, also es klang in meinen Ohren natürlich immer so verkleinert. Ach du Kleiner, also ungefähr. Das finde ich sehr schade, dass da die Übersetzung... Die Verlieblichung ist Text inkompatibel. Es ist wirklich Adamsohn, Benadam, und das ist die Korrektur des alten, sündig gewordenen Adam, der nun in Gestalt dieses Gästchen von Gott bewundet. Du bist heute die Korrektur dieses sündigen Adams. Du bist heute mehr denn je mit mir verbunden. Und mit dir beginne ich eine neue Epoche. Das weiß Joshua, der kennt einfach seine Bibel. Jesus kennt die Bibel. Und ich sage es ihm wirklich am Ende, in aller Deutlichkeit, sie reichen sich zur Ehre und zur Freude, wenn sie die Bibel wirklich gründlich studieren. Jesus ist ohne die Tora, aus der er jeden Gramm seines Denkens schöpft, nicht verständlich. Seien es heute Abend gemerkt. Sie können viel aus Texten machen, aber sie tun Jesus Unrecht. Und zwar schreiendes Unrecht, wenn sie ihn christologisieren, ohne dass er seinen Hand und Fuß hat. Sie haben ja heute gesehen, wie ich sauber am Text arbeite. Und das zeugt wirklich von Liebe zu Jesus. Ich sage es ihm ganz offen, ich liebe diesen Mann, weil er so ein Jude ist, wie wenn ich ihn heute in Haifa, im Oktober 23 vor mir sehe, ein so tiefer Jude. Wenn ich ihn heute in Haifa sehe, wir würden uns umarmen und stundenlang umarmt in der Innenstadt von Haifa stehen, weil wir per Herz, nicht per Kopf, im Herzen so miteinander verbunden sind, obwohl ich kein Christ bin. Und weil ich kein Christ bin, liebe ich Jesus mehr als mancher Christ. Ja, Juwel, also ganz, ganz herzlichen Dank wieder für diese Auslegung. Und ja, dann wünsche ich dir noch gesegnete Feiertage. Traxamär. Du hast das perfekt ausgesprochen. Liebe Freunde und Freunde, ich verabschiede mich. Jederzeit bin ich ansprechbar über WhatsApp. Sie finden meine, wie sie genannt werden, Koordinaten. Rufen Sie mich an, zögern Sie nicht. Ich höre viele Menschen, die mir sagen, Juwel, können wir mit dir Privatunterricht bekommen, können wir, weiß ich, mit dir korrespondiert. Gerne. Sie finden mich im Internet. Was gibt es da noch in Facebook und in WhatsApp? Alles finden Sie heute alle unter Juwelapide. Gerne. Und ich grüße Sie aus Israel im Rausch, im gesunden Rausch von Sukkotlau-Küttenfest, zur Zeit Jesu auch gefeiert, mit viel Verbundenheit und Freude an der Tora Gottes. Shalom und danke. Shalom. Danke, Gelinde.